Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom GTA-Geo-Guessler. Heute mit Bram, Jay und mir. Es geht wie immer darum, 10 Orte in 60 Sekunden Zeit zu finden. Wir dürfen uns nicht bewegen, aber wir können so schwenken und zoomen. Ich bin der Frigid-Character, Jay ist... Ich bin die eklige Nacht. Die eklige Nacht, Disgusting Night und Bram ist Usable Lecture. Also, viel Spaß. 3, 2, 1. In Space, no one fires blanks. Okay, da hinten ist Vinewood. Wir dürfen uns ja nicht bewegen, aber... Da hinten ist die... Oh nein, hier waren wir schon mal. Runde 1. Ach du Scheiß. Okay, wir sind... Templer Hotel. Das ist meine Lieblingsbrücke. Jetzt wichtig... Pass auf hier... Wir haben ja hier unser... Unser allseits bekanntes Viereck der Hölle. Und das ist die Brücke. Also, wir sind... Wir sind hier unten auf jeden Fall bei einem der Brücken. Jetzt ist die große Frage, bei welcher... Okay, welche Brücke bist du? Bist du die Brücke? Hinter mir ist... Hinter mir? Warte mal. Hinter mir ist... 8, 20 Sekunden... Äh... Hier das Geschwungene. Da, Nell Bros. Sieht man das irgendwo ran? Hier kann man das ja auch am... Dingens erkennen. Im Gebäude. Aber auch nicht immer. Dieses Mitteltor. Aber wir stehen ein bisschen weiter. So, und zwar... Von anhand der Laternen. Moment. Sind wir hier richtig? Hier sieht das aus wie dieser Kreis. Wo ist denn hier ein Kreis? Vielleicht ist das die Autobahn. Vielleicht sind wir hier. Moment, wir stehen hier gar nicht richtig. Templer Hotel. Ist es nicht die Brücke? Muss doch die Brücke sein. Dann wäre das doch hier oder nicht. Und zwar ungefähr da. Ja, langsam müssen wir. Mac Guest. Oh, was? Ich habe die falsche Brücke genommen. Mac Guest. Ich habe die falsche Brücke genommen. Fuck. Nee, hier. Was? War das jetzt 60 Minuten? Sekunden? Holy shit. Okay, das ging sehr schnell. Egal, ich habe 4.900 Punkte. Ich habe richtig reingelackt. Okay, okay. This is the drone you've been looking for. Wir sind auf einem Platz. Auf einem Parkhaus. Äh, Rooftop. Der ist da. Ich glaube, wir stehen links neben dem Turm. Da, also ungefähr, welches Rooftop könnte das hier sein? Du? Okay, das ist natürlich easy. Das ist unsere Hood, wo wir immer unsere GTA-Challenges aufnehmen. Und zwar auf dem Dach des... Hier, oder? Wie hieß das noch? Die Maze Bank. Äh, scheiße. Welche war die Maze Bank? Sieht man von oben alles so schlecht? Welche ist die Maze Bank? Bist du das? Nee, hier. Hier müsste das sein. Ähm. Hier steht... Das Schild. Da ist der Runde. Dann kommen die. Das? Das ist der große Tower-Demant. Das sieht ja anders aus. Was ist denn da? Was ist denn da? Da? Scheiße. Was die Maze Bank ist? Ist das das? Sind wir dann da? Hä? Nee, hier. Hier sind wir. Das heißt, der Kran ist hier. Das heißt, wenn ich das jetzt so drehe, bin ich... Hier. Da. Das ist eher aus dem Parkplatz als das. Fuck! Bisschen weiter so. Drei, zwei, eins. Easy. 18 Meter weg. Richtig. Das war... Das war gut. Scheiße! Nur 3000 Punkte! Ich habe mich für den Falschen entschieden. Das ist ganz schön knapp, ey. Oh nein, die Berge. Oh! Den hatten wir schon mal. Äh. Das ist auf jeden Fall nördlich des Sees. Also bist du irgendwo da. Ich mache schon mal so ein Point of Interest. Okay. Äh. Moment. Wo sind wir? Das ist Mount Chiliad. Wir sind irgendwo auf dem Weg nach oben. Aber auf welcher Höhe? Keine Ahnung. Also wenn man das so sieht, wenn ich knallert nach Süd... Wenn ich knallert nach Süden gucke, dann bin ich da. Irgendwie da hin. Dann eher so da. Da. Wir sind irgendwo hier. Schon mal, kann ich sagen. Und zwar, wenn man es genau nimmt... Ach, Leute, wir sind auf dem Ostweg nach oben. Ähm. Also definitiv hier. Aber die Frage ist, wo genau. Mal ganz kurz Lucky Lucky machen. Die coole ist noch mit da. Was ist das da? Okay. Da ist die erste Hügelkuppe. Irgendwie hier will das sein, ne? Also so direkt. Da sind die. Ich würde schon sagen, dass das so da ist. Müsst ja so sein, ne? Wenn ich knallhart nach Süden gucke, gucke ich ja hier. Ist aus dieser Schnitt nach unten eher. Wir stehen genau vor der nächsten Anhöhe. Ähm. Wenn ich genau nach Süden gucke, gucke ich genau auf den See. Von den Dingern vorbei. Wir stehen hier. Also hier ist wirklich knallhart Süden der Punkt. Ich gucke ein bisschen so. Okay. Die erste fette Hügelkuppe. Das Bild hier ist viel zu klein. Also der Kartenausschnitt. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Make it. Was? Und? Scheiße, ich habe mir noch zwei nach oben gesetzt. Naja. Was? Bullshit. So Quatsch. Ululululululul. Ey. Okay. Ähm. Ja. Man kennt. Man kennt. Okay, wir sind auf der Weid... Kurz unter Weidenwut. Aber wo? Holy shit. Keine Ahnung. Oha. War kein Anhaltspunkt. Hollywood ist... Da ist das Hollywood. Ah, das Gebäude kenne ich. Da sind wir schon... Ja. Ja, das finde ich immer schwer. Da habe ich auch immer selber Probleme, mich zurecht zu finden. Wo man genau so ist. Da könnte das hier sein. Ist das hier dieser runde Bereich? Ja, da kommen die Palmen. Könnte tatsächlich hier sein. Das Gebäude kenne ich. Aber wo warst du denn? Wo bist du denn? Man kennt. Da fällt mir gerade ein. So Sachen stehen hier nie, oder? Ne. Das ist ja völlig strange. Also da hinten ist... Das da. Das heißt, das ist schon sehr weit weg. Das muss schon irgendwie hier sein. Boah, das ist... Blasso. Ne, das ist ein Tier. Hier ist der Kreis. Da. Das Gebäude, da kenne ich. Aber ich finde es nicht auf dem Map. Okay, die fette... Die Horrific Avenue ist es nicht. Fuck. Ja. I guess. Das sind noch die 5000 Points. Endlich. Ich klicke da hin. Oh, 400 Meter. Oi, oi, oi. Bist du das Ding? Horrific Avenue irgendwie hier. Du die Ecke. Aber wir stehen... In der Mitte. Richtig? Also stehen wir hier. Das sind die drei Bäume. Und wir stehen genau vor dem... Ach, fuck. Nicht ganz. Naja. Okay. Das ist halt echt... Diese 60 Sekunden, das ist nicht lang, sage ich dir. Das ist nicht lang. Okay, wir haben hier die große Brücke. Wir sind hier auf einer Autobahn. Ich will das erstmal spontan hier hingessen. Das ist eine relativ große mit vielen Abfahrten parallel. Welche Brücke bist du denn? Scheiße. Kann die nicht sein. Ist das hier? Ey, Quatsch. Doch, vielleicht schon. Welche Brücke bist du denn? Warte mal. Ist die... Die... Nee... Doch... Die ist aber nur ein Stückchen weg. Ist das Stadion? Ist das Stadion nicht? Oh, fuck it. Ey, wo sind wir hier? Wir sind auf einem... Auf einer Autobahn mit so Abfahrten. Und im Mittelteil? Ist das hier? Nee. Und das ist die Brücke. Die wir da sehen. Sind wir hier? Scheiße! Ja, zweite... Was sind wir, die? Nee. Wir sind hier. Und zwar... Auf der Spur, die weiter weg ist. Der mittleren. Die, die nicht runterfährt. Also ungefähr... Ungefähr da. Da fickt doch die Hände, Alter. Scheiße, das ist doch viel zu weit. Die Zeit macht mich wahnsinnig. Ach, Mist. Yo. Das war mein Schlechtester. Ist da. Oder? Ich hab keine Ahnung. Mama. Okay. Einfach eine gute Entscheidung, dass ich da nochmal hingeklickt hab. Puh. Oh, den Leuchtturm kenn ich. Äh, der ist doch irgendwo hier, oder? Oder nicht irgendwo im Osten? Oh. Der Leit-Tower. Der ist hier irgendwo. Da. So, hier rein, die Schlucht. Oh, am Leuchtturm. Da war ich doch letztens noch bei dem... Äh, zehn Sachen zu sterben. Wo ist der Leuchtturm? Wo ist der Leuchtturm? Ich habe keine Ahnung, wo der fucking Leuchtturm ist. Shitty. Auf Höhe von dem Berg. Da müsste er irgendwo hier sein. Ist der... Ist der hier? Kann er hier sein? Scheiße. Ist doch dann hier so einen Ticken höher. Da so. Wunderbar. Reingessen. Ah, immer noch zehn Punkte daneben. Hier ist der Leuchtturm. Da ist es genau auf der Brücke. Ich finde nicht. Das ist doch zum Mäuse melken. Also. Gut, dass ich das herausgefunden... Also, was heißt gut, dass ich das herausgefunden habe? Gut, dass ich damals da lang gefahren bin. Genau an dieser Brücke. Ja. Boah. Ja, natürlich. 15 Meter weg. Oh, nee, Alter. Bram ist richtig gut. Boom. Round seven. Okay. Jetzt das Forschungslabor, richtig? Ach du Scheiße. Was sind wir denn hier? Record Database Center. What? Record Database Center. Ähm. Ich habe gar keinen Plan. Ist das das Ding? Könnte das sein. Norden... Was ist das denn? Ich habe gar keine Ahnung. Das ist hier. Wir stehen da. Wir stehen exakt... Wir stehen exakt... ...der Kante auf der Straße. So. Ist das hier irgendwo? Das ist die Baustelle. Was soll denn hier so ein Record? Third Bay Center sein. Wir haben hier rechts Berge. Links. Da siehst du keine Straße. Leider doch da hinten. Ist das... Oh ja, dieses grüne, dieses blaue Gebäude. Die hat doch... Ich glaube, wir sind hier. Make guess. Yes! Wow. 2, 1... 3 Kilometer entfernt. Alter. Und die anderen beiden haben es genau gefunden. Okay. Äh... Wo ist dieser Parkplatz? Hier oben ist irgendwie so ein großes Gebäude. Ist das jetzt hier links? Aber wo? Wo ist dieser Parkplatz? Wie das? Was ist das? Stehen wir an dem Haus? An der Hecke. Und da? Ich habe keine Ahnung. Ah, das sieht nicht aus, dieser Parkplatz. Scheiße! Wo sind wir? Das ist Süden. Da kommt ja hin. Wäre da das... Panzerfeld. Die Häuser sind halt nicht. Scheiße. Das muss irgendwo hier sein. Da? Irgendwo. Aber das ist nicht perfekt. Ich habe 5000 Punkte gemacht. Also wie awesome bin ich denn bitte mit dem... Was für ein Lucky Punch war das denn bitte jetzt gerade am Ende? Ja, ne? 6 Meter. 4.39 Leute, ich war doch im richtigen Punkt. Krass! Äh... Oh Gott. Äh... Oh, das... Warte mal. Norden ist auf jeden Fall eine Westküste. Da, wo so ein Landslide reingeht, das ist der da. Das bedeutet... Äh... Geh schon mal hier hin? Ne, Farm oben auf den Berg? Ach, hier ist mal ein Chili halt da oben. Äh? Wo sind wir denn jetzt? Okay, von der Spitze... Hier hin. Straße vor uns oder hinter uns? Was wird da oben dann sein? Man sieht da unten die Bucht. Oh, die Straße sieht man nicht. Da oben ist ein Haus. So eine Farm. Ist das da unten das Holzfällerlager? Auf der anderen Seite des Berges? Aber man ist schon direkt an der Klippe. Das verwirbt mich ein bisschen... So. Genau da. Der Strand ist auch nicht so weit weg. Ich bin davon aus, dass wir hier irgendwo... Hier müssten wir irgendwo stehen. Ich habe vergessen. Scheiße. So... Oh, war noch so viel höher. Muss ja hier irgendwo sein. Hä? Welche Farm soll das sein? Was ist die hier? Ach du Schande. 900 Meter weg. Siehst du diesen Steg nicht? Junge, ich war komplett lost. Oh mein Gott. Alle waren lost. So. Und dann haben wir hier... Die Brücke genau an den Ölfeldern. Okay. Jetzt werden wir nochmal entspannt in der Stadt. Okay. An den Ölplattformen. Okay. Ja, okay. Scheiße. Da wirst du nicht aufholen. Oh no. Es ist wieder so eine komische Brücke. Ähm... Ja. Welche bist du denn? Die hier? Das erste Ding. Und da ist das zweite. Das heißt, wir sind hier. Hier ist dieser Turm. Eine weiße. Ähm... Ja, scheiße. Ich guess. Mann! Mit dem Wasser schon. Ach so, das ist hier die Brücke über der Autobahn. Die hier. Die? Haben wir da noch eine Brücke? Ja. Exakt die gleiche. Ja. Ist hinter mir so eine Autobahnbrücke. Nicht mal ansatzweise. Scheiße. Nimm ich mit der rechten Spur. Ja. Ballern. Ja. Aber... Dann geht es hier so runter. Aber hier macht das eine harte Linkskurve. Da nicht. Ach man, ich wollte nur mal klicken. Jo. 1,4 Kilometer weg. So, wir sind alle durch. Und, äh... Ja, ich will jetzt mal auf View Game Summary drücken. Also, ich hatte echt Probleme bei den 60 Sekunden teilweise. Ja, ich auch. Ja, teilweise hatte ich die auch. Also, aber ansonsten war es sehr leicht. Ja, aber das hat Bram hart gewonnen. Das habe ich... Ihr seid 300 Punkte auseinander. Ja, das hat er hart gewonnen. Alter, das habe ich ganz, ganz... Ganz, ganz knapp habe ich das gewonnen. Äh, hu. Krass. Aber das ist schon eine starke Leistung. 47.400 Punkte bei 50.000, die du maximal haben kannst. Das war diese eine Farm, die irgendwie auf dem Berg bei Mount Chiliad war. Ja, das war ganz seltsam. Ja. Da war... Ja, da waren ein paar Sachen dabei, wo ich echt mir überdachte, uff. Mhm. Ja. Aber das war... Geo gestern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Lasst einen Like. Da sehen wir uns dann bald wieder. Und bis dann. Tschö.